Das ist der Angel Juicer. Das ist ein sehr zuverlässiger Ansafter, der für Menschen geeignet ist, die ein Gerät suchen, das komplett aus Edelstahl ist. Wir haben als Zubehör eine Reinigungsbürste, ein Spatel, einen Stampfer aus Holz und eine englische Bedienungsanleitung, einen Tresterbehälter aus Kunststoff und einen Saftbehälter ebenfalls aus Kunststoff. Ich baue den jetzt einfach mal hier auseinander. Wir nehmen zuerst Teil Nummer 1, der Spritzschutz. Dann löse ich hier die Verriegelung, nehme Einfüllstutzen und Sieb ab. Das ist ein Teil. Und dann haben wir hier die Zwillingspresswalzen, die wir einfach abmachen. Und damit ist das Gerät bereits komplett zerlegt. Ich baue das Gerät wieder zusammen. Nachdem das gereinigt wurde, wir haben die Walzen eingesetzt. Jetzt braucht man einfach nur Sieb- und Einfüllstutzen draufschieben, Verriegelung schließen, das Spritzschutzsieb wieder draufschieben, Saftbehälter drunter, Tresterbehälter drunter und fertig ist die Montage. Wir haben hier auf der Rückseite den Einschalter und die Bedienung, eine ganz einfache Start-Taste, eine Stopp-Taste und eine Reverse-Taste, der Rückwärtsgang. Wir haben einen luftgekühlten Motor. Wir hören jetzt schon hier den Ventilator. Und wie gesagt, das Gerät ist fast zu 100 Prozent als Edelstahl.